und ein switch co3 zum f99 so für die verstanden haben versuchen die kollegen grad zum pd zu kommen vielleicht könnte einer der kollegen dauer senden damit man das wissen wie weit das ist geschafft haben ende wie ist der aktuelle status von monowood1 kommen hier kommt die 1 hat das war zu geordnet ist am pd der aktive 99 noch ist kommen so 10 4 positiv und geschossen gut dann sofort alle einheiten zum pd back aktiv 11 99 haben wir einen treffpunkt kommen nicht dass ich wüsste wir können uns aber beim bei der garage dann steigen wir vernünftig das sind vier 1 3199 toni berger schütze am pd bleiben nicht irgendwo hinlaufen sinnlos am pd reinlaufen natürlich 1 es wird schon toni berger aktiv mit einer langwaffe beschossen man könnte dementsprechend punkte begeben kommen ich werde die punkte verteilen ins pd leitstelle ja einmal bitte tim berger von der lcn bitte einmal die punkte langwaffen es gibt kein tim berger timo oder so auch mit berger die ganze zeit gesagt ich habe nichts gemacht ok berger irgendwas mit tim jaja was gleich geben langwaffenbesitz schuss hat auf uns geschossen da immer noch 11 90 komm raus entfesseln sie mich jetzt schuss nach vorne da können sie mich schritten alle rein ins pd rückzug komm in die weste komm in die weste holt euch in die weste aufmachen hier drängeln euch alle hier gegen man naja halbwegs wohl auf auf mehr weniger weniger versuchen sie von hinteren ins pd zu gelangen sperren sie aber sofort wieder alles ab ist das dumm ist das dumm schuss 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 schuss